Moin Leute und ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ihr habt schon erkannt, es gibt heute Zeugnisse und ja, das machen wir für alle 18 Bundesligisten. Damit sich das nicht allzu lange hinzieht, mache ich heute die eine Tabellenhälfte und morgen kommt dann die zweite Tabellenhälfte. Heute fangen wir an mit der Tabellenhälfte, der unteren Riege. Und wir beginnen bei Tabellenplatz 10, das ist RB Leipzig und ohne groß das erklären zu müssen, starten wir gleich rein. Wir haben verschiedene Kategorien und die erste Kategorie ist Tabellenplatz und RB Leipzig ist aktuell 10. Da führt die untere Tabellenhälfte an und den Fußball jetzt schätze ich aktuell befriedigend ein. Also es sind Schulnoten 1 bis 6, bei Tabellenplatz geht das natürlich nicht. 1 ist das Beste, 6 ist das Schlechteste. Warum gebe ich eine 3? Ich finde schon, dass man jetzt, gut bis auf Ausnahme Bielefeld-Spiel jetzt zuletzt von Leipzig, man gesehen hat, was Tedesco vorhat, was möglich ist mit dieser Mannschaft. Aber weitgehend war Leipzig doch in dieser Saison, vor allem noch unter Marsch, eher langweilig, mittelmäßig, durchschnittlich. Es gibt jetzt eben diese positive Tendenz durch Tedesco und ja, so wie sie beispielsweise gegen Gladbach gespielt haben, da erwarte ich mir ein bisschen mehr von. Attraktivität ist jetzt erstmal befriedigend. Leistungsabruf 4, also ausreichend. Es ist eine knappe 4, also es ist fast eine 5 geworden, weil Leipzig mit dem, wo sie jetzt stehen, natürlich überhaupt nicht zufrieden sein können. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Neben dem Platz, da gibt es auch eine 4. Ja, ich finde, man hat jetzt durchaus genügend Argumente gehabt, den Trainer zu wechseln. Ich finde aber dennoch, wenn man einen neuen Trainer holt, der kommt aus einer anderen Liga und jetzt soll er plötzlich innerhalb von 10 Sekunden Nagelsmann ersetzen, der ja wohl außer Frage stehend ein fantastischer Trainer ist, finde ich doch dann Marsch nach nicht mal einer Hinrunde rauszuschmeißen, schon etwas zu viel des Guten. Deswegen gibt es hier neben dem Platz auch nur eine 4. Prognose für die Rückrunde ist eine 3, befriedigend. Ich denke mal, Leipzig wird dann schon durchschnittlich gesehen mehr Punkte einfahren, als sie das jetzt gemacht haben. Sie werden klettern in der Tabelle. Ich kann mir auch vorstellen, dass es am Ende zumindest zu Europa League noch reichen wird. Das wäre dann für Leipzig auch okay, aber die Prognose fällt eben nur mit befriedigend aus, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass es von 0 auf 100 jetzt perfekt wird und sie jetzt durchmarschieren durch die Bundesliga. Das glaube ich einfach nicht. So, Tabellen-Elfter ist Hertha BSC, Attraktivität 4 und das ist mit sehr viel Goodwill, weil zuletzt unter Korkut sich doch ein bisschen was geändert hat. Unter Pal Dardai wäre es eigentlich meiner Meinung nach eine 5 oder eine 6 sogar gewesen. Es gibt eine 4, unter Korkut ist es jetzt doch ein bisschen weniger schrecklich geworden. Leistungsabruf 3. Ja, man kann sagen, er steckt extrem viel Geld in dieser Mannschaft, aber so richtig auf dem Platz sieht man das selbst von den Namen nicht mal her. Ja, Toussaint, Pjontek, Jovetic. Und Jovetic ist davon eigentlich der Einzige, der sein Potenzial einigermaßen abruft, zumindest das in den letzten Spielen ein paar Mal gemacht hat. Jetzt ist er wieder verletzt. Aber ansonsten, das, was auf dem Feld steht, das macht halt einen durchschnittlichen Bundesliga-Job. Und so sind sie halt. Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt, das sind alles okaye Bundesligaspieler, aber mehr nicht. Deswegen Leistungsabruf 3. Ist also im Rahmen, sie performen jetzt aber auch nicht über. Neben dem Platz 5, ich weiß, Hertha hat mit diesem Big City Club, das haben sie selber eigentlich nie so gelabelt bis auf Windhorst, deswegen möchte ich das gar nicht besprechen, aber mit Dardai in die Saison zu gehen, fand ich schon komisch, so wie es letztes Jahr gelaufen ist. Dann mitten in der Saison sagt Dardai, schmeißt mich raus, ich stelle mich auch gerne hinten wieder an. Dann hat Bobic öffentlich gesagt, ja, eigentlich hätte ich ihn rausschmeißen müssen. Das fand ich alles so ungelenk und schlecht, das kann nur eine 5 sein. Also das ist ganz schlechte Kommunikation bei der Hertha-Prognose für die Rückrunde 4. Es wird ausreichend sein, sie werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber es wird auch nicht über das trostlose Mittelfeld hinausgehen. Tabellenplatz 12 ist der VfL Bochum. Attraktivität 3. Ja, es ist eher eine 3 bis 4, ich gebe aber mal auch hier noch eine 3, weil ich finde, der VfL Bochum doch schon immer wieder auch mal sehr gute Spiele abgeliefert hat, wo sie, wenn es dann zumindest nicht fußballerisch ganz toll ist, dann anderweitig für Spektakel sorgen und ja, dann doch gut und gerne mit den meisten Bundesligisten mithalten können. Deswegen gibt es auch im Leistungsabruf sogar eine 2, eine gute Note, auch wahrscheinlich sogar eher eine gute 2. Ich bin der Meinung, dass Polter jetzt so abliefert, das hätte man nicht glauben können, ersetzt. Ja, was die Tore angeht, Simon Zoller 1 zu 1, das ist schon eine sehr gute 2, eine 2 Plus würde man fast sagen. Ja, hier und da ist es nominell auch eigentlich nicht eine so schlechte Mannschaft. Deswegen gibt es hier gut und ich sehr gut. Neben dem Platz 2, Thomas Reis mag ich extrem gerne. Es ist sonst relativ ruhig, sehr entspannt. Ja, Max Kuse hat sicherlich eine andere Meinung über neben dem Platz, aber damit ist halt eigentlich, kann alles gemeint sein. Mir ist da nichts Negatives aufgefallen. Der VfL Bochum ist, ja, mit Thomas Reis klasse aufgestellt und das finde ich, finde ich sehr angenehm. Und Prognose für die Rückrunde, für die Rückrunde gibt es die Note 4. Ich glaube, dass sie jetzt aktuell doch etwas überperformt haben und es nicht mehr ganz so glatt laufen wird. Vor allem zu Hause sind sie eigentlich stark. Gut, jetzt haben sie zuletzt gegen Union verloren, okay. Aber, ja, ich denke mal, Bochum wird noch ein bisschen rutschen nach unten. Es könnte am Ende Platz 15 werden oder Platz 16 und, ja, das wäre dann am Ende für Bochum okay. Vor allem, wenn sie es in der Relegation schaffen würden, natürlich. Ähm, wäre dann sogar sehr gut. Aber ich glaube, sie werden jetzt noch mal ein bisschen mehr Schwierigkeiten bekommen. Dann Platz 13 der VfL Wolfsburg. Attraktivität 4. Unter Bommel war es schon langweilig, schlecht, obwohl sie schon immerhin da ja noch gut Punkte gesammelt haben. Unter Kohfeldt dachte man ganz kurz, ah, funkt hier gerade wieder was auf. Nein, es ist nichts aufgefunkt. Und der Fußball ist, ja, maximal Bundesliga-Durchschnitt, Leistungsabruf dementsprechend auch sogar eine 5. Also was da für Namen auf dem Platz stehen. Das ist eigentlich gehobenes Bundesliga-Niveau und es kommt wirklich nichts bei raus. Und, ja, das führt mich dann auch zu neben dem Platz 5. Jörg Schmatt und Co. wundern sich dann, ja, warum gucken dann sich Leute nicht Wolfsburg gegen Lille in der Champions League an? Ja, warum guckt sich das keiner an? Weil es einfach super uninteressant ist, was da aufs Feld gebracht wird. Es ist sehr schwer in der Kommunikation nachzuvollziehen, was beim VfL Wolfsburg jetzt genau abgeht. Ganz, ganz komisch, wie das alles läuft. Der VfL Wolfsburg ist mir nicht koscher. Für die Rückrunde prognostiziere ich mal, weil irgendwas muss Kohfeldt doch haben. Sonst wäre er doch nicht so hoch angesehen. Ich glaube tatsächlich, er kann diese Mannschaft einigermaßen in glatte Bahnen lenken, führt den VfL Wolfsburg vielleicht sogar in die obere Tabellenhälfte in der Rückrunde. Deswegen ist es dann am Ende doch noch irgendwie befriedigend und man kann zufrieden in die nächste Saison gehen. Aber der VfL Wolfsburg, so kann ich es mir nicht vorstellen, wird keine richtig große Aufholjagd starten. Das, was ich auch schon über Leipzig gesagt habe. Und ähnliches kann man dann vielleicht auch über den 14. Tabellenplatz sagen. Das ist der VfL Borussia Mönchengladbach. Ja, Platz 14, das ist heftig. Attraktivität 3. Sie können gut Fußball spielen. Sie zeigen es immer wieder in Ansätzen, was da fußballerisch wirklich mit dem Ball für ein Potenzial auf dem Platz steht. Aber sie rufen es zu selten ab. Deswegen gibt es eine 5 in Leistungsabruf. Diese Mannschaft, die auf dem Feld da steht. Und ob es jetzt Verletzte gibt, ja, Gladbach hat irgendwie immer wieder viel Verletzungspech. Aber trotzdem, mit dieser Mannschaft auf Platz 14 zu stehen, das ist einfach mangelhaft. Neben dem Platz ist eine 5 vielleicht ein bisschen zu hart. Ich finde aber, Adi Hütter nimmt immer sich sehr selbst in Schutz. Ist selten selbstkritisch. Ja, vielleicht nach außen hin, nur so, um seine Position zu stärken. Ich finde aber, Adi Hütter könnte wirklich mal ein bisschen kritikfähig sein und auch in der Öffentlichkeit sagen, okay, da habe ich vielleicht dies oder das. Aber da kommt meiner Meinung nach von zu wenig. Ja, vielleicht ist es für die Öffentlichkeit, kommt es dann eben so an. Und im inneren Kreis ist es ganz anders. Aber von außen betrachtet ist das neben dem Platz sehr, sehr schlecht und unsympathisch. Max Eberl mag ich eigentlich. Aber ich finde, er regt sich ziemlich oft beim Schiedsrichter auf. Und das ist dann eher was, was nervt. Wenn du Sportdirektor, bla, dies, das bist, was meiner Meinung nach haben die überhaupt nichts, kann ich gleich auch bei Augsburg sagen, Stefan Reuter, aber ist ja fast überall so, die haben meiner Meinung nach eigentlich nichts auf der Bank verloren. Die sollen sich auf die Tribüne setzen. Was will Max Eberl mit dem 4. Offiziellen klären? Was will Reuter mit dem 4. Offiziellen klären? Und Salihamidzic. Mann, das können die Trainer machen. Das sind doch keine Kinder, die ihr beaufsichtigen müsst. Kurzer Rant an dieser Stelle. Aber ich finde, es ist nervig. Die gehören nicht auf... Die sind da nur, um Stumm zu machen. Was machen die auf der Bank? Da sitzen die Einwechselspieler, die Ärzte, Co-Trainer und gut ist. Das... Ach, mein Gott, naja. Entschuldigung, aber das musste jetzt einfach mal raus. Wie gesagt, ist nicht nur gegen Max Eberl gerichtet, sondern eigentlich an alle, die da so sitzen. Prognose 3. Es wird besser, glaube ich, bei Gladbach. Hütte hat auch bei Frankfurt ein bisschen gebraucht und die Zeit sollte man ihm auch geben. Und ich glaube, dann wird sich Gladbach am Ende auch irgendwo im Mittelfeld platzieren und eine gute Rückrunde spielen. Keine sehr gute, aber eine okaye. Platz 15. Augsburg. Augsburg. Attraktivität 4. Es ist grenzwertig. Noch gerade so eine 4, weil ich dann spiele wie gegen die Bayern oder gegen Köln im Kopf, wo ich denke, okay, irgendwie sind die ja doch in der Lage, irgendwas abzurufen. Das machen sie halt viel zu selten. Deswegen gibt es nur eine 4. Überweite Teile ist Augsburg eigentlich relativ uninteressant. Leistungsabruf 3. Von den Namen her, ja, jetzt ist Niederlechner wieder fest. Finn Burgesson kann auch nicht mehr spielen. Ja, der FC Augsburg ist auch verletzungsgebeutelt, hat trotzdem auch so eigentlich noch eine gute Mannschaft. Leistungsabruf befriedigend, mehr aber nicht. Neben dem Platz 4, ja, ich habe es eben gesagt, Stefan Reuter. Da finde ich aber immerhin ist Markus Weinziele einigermaßen sympathisch. Wobei, das habe ich jetzt hier nicht in die Bewertung mit einbezogen. Für diese Trommler mit den Mülltonnen auf den Rängen, dafür müsste Augsburg neben dem Platz eigentlich eine 6 bekommen. Aber gut, was da irgendwie die Hausmeister machen oder was die sind, dafür will ich hier Augsburg nicht schlecht benoten. Aber gut, was juckt es die wahrscheinlich eh nicht? Oder 100% juckt die das nicht, was ich darüber sage. Aber ich musste das jetzt einfach auch mal loswerden. Prognose 4 ausreichend. Augsburg hat es irgendwie immer noch geschafft, am Ende die Klasse zu halten. Ich glaube, dieses Mal schaffen sie es auch wieder, weil sie dann hier ein, zwei entscheidende Spiele gewinnen können. Aber mehr als im Blumentop werden sie damit auch nicht gewinnen. Dann, Tabellen 16. Der VfB Stuttgart, Attraktivität 4. Es ist ohne Kalajdzic und Silas doch schwer teilweise zu ertragen, dieser Fußball. Ja, Mamouche macht ab und an noch Stimmung. Führig ist eigentlich auch ein guter Fußballspieler. Endo. Ich kann eigentlich viele Spieler da benennen, die ich gut finde und die eigentlich auch gut Fußball spielen können. Aber ich stehe, glaube ich, vielleicht noch unter dem Schock vom Spiel gestern gegen Köln. Das war so grauenhaft. Also Köln war auch nicht viel besser, aber Stuttgart, da ging gar nichts nach vorne. Das war so schlecht. Die haben sich ständig festgedribbelt hier und da, immer den Ball verloren. Und das zieht sich auch durch die Stuttgarter Hinrunde. Ohne Silas in Topform, ohne Kalajdzic in Topform, ohne Sosa ist das einfach nur halb so attraktiv. Leistungsabruf 3. Ja, da sind eben die verletzten Spieler. Die müssen berücksichtigt werden. Deswegen, dafür stehen sie auf Platz 16 ja noch einigermaßen okay. Da, wenn man merkt oder bemerkt, was da eigentlich für Schlüsselspieler wegbrechen. Trotzdem, schön ist was anderes und ja, Leistungsabruf. Gerade so noch befriedigend, aber auch nur eine schlechte 3. Neben dem Platz 2. Ich mag tatsächlich die Verantwortlichen ganz gerne. Matarazzo als Trainer sowieso sehr sympathisch. Sven Mislintat und Thomas Hitzelsberger. Das sind für mich alles sehr sympathische Leute. Die machen das unaufgeregt. Deswegen gibt es hier tatsächlich auch wieder eine 2. Prognose-Rückrunde habe ich auch eine 2 gegeben. Weil ich denke, Silas wird wieder reinfinden. Wenn vielleicht Kalajdzic irgendwann nochmal wiederkommt, wird es auch dahingehend besser. Ansonsten haben sie eben Mamouche. Und ich glaube, den kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn er dann mal Silas oder so in Szene setzt. Wenn Sosa auch wieder dabei ist, glaube ich, dass Stuttgart tatsächlich am Ende die Klasse halten wird. Und das wäre dann auf jeden Fall gut. Ja, jetzt wird es nochmal richtig heftig. Aminia Bielefeld, Tabellenplatz 17, Attraktivität 5. Ja, es war, die letzten beiden Spiele war es besser. Ansonsten wäre es auch hier eine 6 geworden. Aber gegen Bochum, ja, waren sie durchaus gut und überzeugend. Und gegen Leipzig fast beeindruckend. Unter dem Strich kommt er aber für mich zu wenig bei raus. Weil, und da bin ich beim Leistungsabruf 4, eigentlich traue ich Bielefeld schon ein bisschen mehr zu. Sie haben extrem wenige Tore geschossen. Gut, dass Klos jetzt nicht mehr die 10 Saisontore, geschweige denn 15, schießt. Das erwarte ich auch gar nicht. Aber, ja, hier und da, Serra hätte ich vielleicht ein bisschen besser oder gefährlicher eingeschätzt. Okugawa zeigt sein können, jetzt zuletzt zum Glück mal wieder. Wimmer, das sind ja alles durchaus potenzialträchtige Spieler. Aber das können sie momentan nicht so richtig abliefern. Man sind ja auch teilweise noch jung. Gut, Klos jetzt nicht, aber einige davon. Deswegen Platz 17 ist schon, ja, eher schlecht. Neben dem Platz 3 eigentlich auch eine sehr unaufgeregte Atmosphäre. Frank Kramer, Sami Arabi mag ich persönlich auch ganz gerne. Aber, ja, es bringt halt nichts, irgendwie sympathisch nach außen zu scheinen und gemocht zu werden. Es kommt zu wenig auf den Platz. Deswegen Prognoserückrunde. Die 5 kann auch, also Bielefeld, da tue ich mich auch schwer. Es kann schon sein, dass ich mich heftig damit vertue, was ich hier prognostiziere. Weil eigentlich ist die 4er-Kette doch recht stabil. Die Zentrale im Mittelfeld, ja, die ist vielleicht nicht ganz bundesligatauglich. Und im Sturm, ja, da fehlt auch so ein richtiger Knipser. Und das bringt mich am Ende dazu, dass ich glaube, Bielefeld wird es nicht schaffen, am Ende die Klasse zu halten. Auch wenn sie sich jetzt zuletzt aufgebäumt haben. Deswegen gebe ich hier eine 5. Weil wenn sie es nicht schaffen, dann ist es halt mangelhaft. Kann aber wie gesagt sein, dass Bielefeld so eine Mannschaft ist, wo ich mich wirklich heftig täusche. Aber für irgendwas musste ich mich entscheiden. Und Tabellenplatz 18, Kreuter Fürth. Und Attraktivität 5, es ist, also, ja, Kreuter Fürth, man kann sich die Spiele, wenn die im Einzelspiel sind, überhaupt nicht geben. Selbst in der Konferenz ist das immer wirklich mit Abstand das Langweiligste. 5 ist hier noch gnadenvoll, weil Leistungsabruf 3. Die Mannschaft ist auch verletzungsgebeutelt, teilweise. Aber da ist einfach nicht viel mehr drin. Dem den Platz gibt es ein 3. Finde ich gut, ruhig, unaufgeregt. Leitl bekommt weiterhin die Möglichkeit. Haben ja jetzt zumindest den ersten Heimsieg mal in der Bundesliga-Historie eingefahren. Das ist doch schön. Prognose 6. Warum? Es ist einfach ungenügend. Das, was sie machen, das reicht locker nicht für die Bundesliga. Den einzigen Sieg, den sie geholt haben, eben das Heimspiel gegen Union Berlin. Da kam Union aus einer englischen Woche am Donnerstag noch in einer Conference League gespielt. Und auch da, das muss ja Goethe Fürth nicht gewinnen. Mir fehlt die Fantasie, wie aus Goethe Fürth noch irgendwas passieren sollte. Und ein bisschen vor allem bin ich auch enttäuscht. Das spielerisch, ja, es sind extrem viele Spiele weggebrochen. Vor der Saison schon. Jetzt während der Saison eben auch wichtige Verletzungen. Ja, aber, naja, so viel fällt mir dann auch nicht mehr da. Zu ein. Das soll es mit dem ersten Teil gewesen sein. Ja, fast 20 Minuten. Deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich besser. Ich teile es in zwei Teile. Außerdem gebe meine Stimme langsam nach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen kommt Teil 2. Bis dann. Haut rein. Und Adios.